Hallo Leute und wir sind's Saxplay. Alle drei Mitglieder am Start. Der Paul. Hallo. Der Lorenz. Hallo. Und der Falk. Oh, das ist ein Spinnen. Und ja, wir spielen jetzt Hackett. Ein Modpack für Minecraft. Aufnimmt du der Lorenz. Ja, der ich. Und ja, wir gehen da nur von den Kloppen. Und warum ruckelt es denn? Ja, bei mir ruckelt es ja. Also das ist abnormal. Bei mir ruckelt es nicht. Nee, du anders bist. Ich bestes Internet hab. Nee, weil du anders bist. Und das war schon der erste. Das connect diese Folge. Rage Quit. Nee, jetzt war ich ehrlich. Was haben wir uns denn vorgenommen für die Folge? Na, nix besonderes. Ich hab ja mal ein paar Themen vielleicht. Erste Unterkunft vorne, oder? Oder mein, jetzt von wem her. Ja, nein, das schaffen wir heute. Das schaffen wir doch nicht. Ich hab jetzt zwei Themen, ne? Von jemandem. Ja, können wir machen. Also einmal hab ich eben einfach so ein bisschen das bisschen überträgert laufen. was es hinzufügt und was wir davon halten und klar. Und zweitens eben das allzeit beliebte Thema Ballerspiele. 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 Warum die Ballerspiele? Weil das alle interessiert unsere Meinung. Also die interessiert vielleicht nicht, aber wir, also ich würde da meine Meinung gerne kommt gehen. Ja. Und ich hab mir jetzt auch nochmal kurz ein Zimmer in den Kopf gesetzt. Was haltet ihr von Jogginghosen Tagen? Oh mein Gott. Einfach mit Jogginghosen mal irgendwo anziehen. Ok. Das fand ich echt vollkommen sinnlos. Ich mein was hat dieser Sinn? Ja, was hältst du von Sachverdeutschleinheit? Na was hältst du von Sachverdeutschen Einheit? Das ist ein wenig Sinn. Also wie es ist, dass wir das passiert. Jogginghosen...Jogginghose, trackinghose, trackinghose, jogginghose... ... Privilegabendorf, da auch was passiert? Da auch was passiert. Und was ist eigentlich passiert? Nix also irgendwie waren wollen zu Menschen bei uns an die Schule kommen und über über die die Schule bewerben wie die Schule bewerben Na ob die Scheiße so ob sie gut ist ganz einfach wie die Schule bewerben bewerten ich hab bewerfen verstanden ich habe klar mit Ellen mit einigen alle sind ich schlag den jetzt mal Eisenbund der Welt übrigens fünf Stück oder so ist wieder und ich noch noch mehr schätzt in die ich habe sie gehauen das schätze ich habe ich nicht das schätzen ja wie lange ich schon aufnimmt habe ich zu stelle ich bin ich bin in einer Eier Uhr verkaufen ist doch egal du bist nichts geliehen Prozent es wird gerade wieder nachfällt und das ist schön nach der Stelle kann ich nicht wissen alle und die OP wenn wir wollen es auch nicht schaffen wir schaffen sie es so sicher ja wenn man durchschalten seiten es gibt Alchemy in Elchemy nach Alchemy packen als ich irgendwo hier ist ein Hund auf den Schlag ja noch mal mal gucken was passiert ein wenig in unserem Minecraft Leben noch nie Hunde gesehen und deswegen hau den mal das macht bestimmt ganz viel Spaß ich hab schon wieder ein Seppling oh hallo ich hab achtzehntelings drei Roboterie Seppling sind ein Blöken es wird nicht das sind aber tritt gefunden ich habe auch schon dann habe ich die Rezepte eingesammelt und zum Glück schnell genug weggelaufen er hätte nie ein irgendwie die alten 30 Blöcke hinterher also Fall ich weiß auch nicht so ein Aufer Uhr er ist fast in ein Loch gesprungen aber ich habe Lava gefunden sagt eigentlich das ist schön ich war dafür ich baue ich hab keinen Bock mit euch zu bauen hey die Bomber alle zusammen Haus in der Wüste ich wollte auch an den Wiesel er ist der Wüste Scheiße warum ist Wüste Scheiße weil die Zeit der Scheiße ist was haben wir das hat noch ab Lorenz ist ein Wüste Scheiße an die Wüste will schon erbauen aber ich wird wieder na wieso wieder ich werde halt mal was probieren dass wir alle zusammenbauen einfach mal versuchen wie es funktioniert wenn halt nicht einmal mit irgendwann alle ein eigenes Haus oder zumindest bis wir alle TX haben oder so also die kommen wir wieder sein eigenes Haus und wir gemeinsam Keller die Körner ich möchte von euch und wenn ich bei euch bin das noch nicht mehr alles von euch naja die Jahre sie vielleicht sich das aus die Scheiße ich bin nämlich derjenige ich bin ich blöd deswegen ziehe ich allein ach aber manche immer kurz gebraucht Kripp die Nahrung und die letzte Karte durch die Schaltkarte kriegt auch also dieses Zeppels daraus bekommen wenn ein Steppert es war das ist so wenn du das vermeiden könntest zack hat jemand was zu essen für mich hat noch drei Herzen Schatten abwesend Schmerz und Kursgelettel-Schnitzel um Schelletien und fein und die Sohn und jetzt ist er kommt auch noch in der Ruhe ja auch Knoll ja noch ein bisschen wenn es sich etwas alle zusammen Hausbauen kann manche fahren manche so wie das erkennt man auch auf war alles müssen noch mehr das kommt hier bin ich jetzt meinen wir haben uns verstanden drei Knochen werden die Woche einer die Karte und Zweiten holen er kann sich noch ein paar Hunde Beschlossene mit auch noch welche Bekämpfung eines Fälle in den einen Ort noch einmal zwei noch Spaß mit ich habe kein und wir sind so viel zu sehen und du bist auch bei der ersten auch schaden ich habe Kürze gefunden an dem Sieg wenn wir nicht wo man sich noch nicht ich gut ich werde nicht nur das ist bei mir auch kurz gelegt Fakak steht dort ein Lauf aber um k auf jungen Lauf ich weiß, wo sind meine ganzen Apples? LOL Es sind so viele Creeper hinter mir Oh, das sind ganz viele Kürbisse! Komm, steck dich hoch, steck dich hoch, steck dich hoch, steck dich hoch! Ich soll stehen bleiben, ich hab ein halbes Herz und jetzt was essen Nein, nicht gut! Was du gerade so leise, Paul? Scheiße! Okay, ich will doch Hey, warum hab ich nur 18 Wut? Ich hatte doch viel mehr Wut Haschle Alter, warum leckt das gerade so? Ja, ne! Schlimm! Ach, schon! Irgendwas ist mir so los, ich weiß aber nicht was Ach, ah, schneller! Also meine F.C. Meine F.P.S. sind aber... Konkret, also die Sinn... Mal... Konkret... Das nennt man konstant... Konstant, bei mir sind die Konkret... Ah! Na, so wie... Müsste auch von meinen Hunden geschnitzelt werden... Scheiße, zwei Stück... Hat irgendeinen Spacke, meine Sachen eng gesammelt... Nein... Wo sind da? Okay... Schönen Sie auch... Wir haben hier irgendeinen komischen Backlöse, das ist viele übelstviele Hundesburg... Ach, hier! Das ist kein Backlöse, das ist eigentlich nur Gold! Neu-Kreis-Kennette, wollt ihr mich verarschen? Nein, Creeper! Ich hab'n Hundi... Kommt! Kommt! Scheiße, ich bin tot, 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 ich bin tot! Loin, das leckt das auch noch... Entschuldigung, tut mir leid, dass ich mich... ...dass ich quitten muss, wenn mich ins Genett antreibt... Mensch, ne... Das find's bestimmt gut! Nein! Mein... Halbes Herz! Loin, das Genett guckt mich gar nicht an und schritten! Ja, loin, 50, doch, ey, das ist doch so behindert, wenn der Scheiß-Server-Leg... Ja, ich hätte gern mit OP, ich finde das ganz schön behindert, wenn das lebt, ich würde gerne zu meinem Todespunkt zurückfliegen... Ne, es kann sich nicht vergessen... Hallo, das ist doch behindert, wenn der Scheiß-Server-Leg... Sind mein Hund wenigstens noch da, ja, das ist schön... Nein... Na gut, ich hab' ich jetzt einfach nach... Vor allem, ich hab' ich schon ein Stecks-Server-Leg... Das ist doch irgendwie mal normal... Ich hab' das fein gemacht und... Oh, cool... Ich hab' noch ein halbes Herz... Und kein Essen... Aaaaaaa... Nein, nicht weg! Arme, ruhig, arrme ruhig, arrme ruhig, arrme ruhig, arrme ruhig, arrme ruhig... Ich hab' dich grad' explodieren gehört. Ich musste mal wieder leute, ich mag nicht. Das ist doch... Also, ich hab' so leise und manchmal so laut! Ja, das weiss' ich auch nicht... Mein Hund ist gestorben... Ich hab' drei! er ich hab nur zwei der Armung und er wird es gerade nennen die 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 nach dem Fortschritt mit Werkzeugen seit ihr alle holz hat noch rennen Stein zumindestens Hacke ach komm und meine Uhr piept das heißt die erste Folge etwas stressige Nachtfolger ist schon wieder zu Ende schweiß ich schweiß ich schweiß ich dann würde ich sagen ich mal jetzt mal kurz aufnehmen aus und gleich wieder also bis gleich